Vorteile der 99,99% Teilrente bei pflegenahen Angehörigen nach der Regelaltersgrenze. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja in einem kurzen Short-Video angekündigt zum Thema 99,99% Teilrente nach der Regelaltersgrenze. Mal was zu sagen. Ja, man kann sagen, die Sensation ist perfekt. Der eine oder andere hat es ja schon gehört. Die Träger in der gesetzlichen Rentenversicherung erkennen nunmehr die 99,99% Teilrente an. Vor diesem Eingeständnis akzeptierte die gesetzliche Rentenversicherung nur die 99% Teilrente als maximal höchste Art der Teilrente in der Altersrente. Mit der nur 99% Teilrente lohnte es sich oft für Versicherte nicht, die Rentenpunkte für die pflegenahe Angehörige mit dem Pflegegrad 2 von deren Pflegekasse zu beantragen, wenn sie nach Vollendung der eigenen Regelaltersgrenze ihre nahen Angehörigen gepflegt haben. Machen wir mal ein kleines Beispiel, um klarzumachen, um was es da geht. Also, unsere Susi hat eine Proto-Monatsrente von 1.100 Euro. Das ist nicht viel. Nach Erreichen der Regelaltersgrenze pflegt Susi im Jahr 2023 ihren Ehegatten. Der bekommt dem Pflegegrad 2 zuerkannt. Er erhält ausschließlich das Pflegegeld von seiner Pflegekasse, entsprechend dem Pflegegrad 2 gezahlt. Um die zusätzlichen Rentenpunkte für sich zu erhalten, müsste Susi nach ihrer Regelaltersgrenze, wir nehmen an, dass sie die auch im Jahr 2023 erreicht hat, eine Teilrente von 99% beantragen. Ihre Altersrente verringert sich dann auf 1.089 Euro, also monatlich um 11 Euro weniger Rente. Im Gegenzug für diesen Rentenverlust erhält Susi von der Pflegekasse monatlich, also von der Pflegekasse ihres Mannes monatlich, beitragspflichtige Einnahmen in Höhe von 916,65 Euro auf deren Rentenkonto gutgeschrieben. Macht im Jahr 2023 insgesamt 10.998,72 Euro aus. Die monatliche Rentensteigerung hieraus würde unter Berücksichtigung des vorläufigen Durchschnittsentgeltes im Jahr 2023 für Susi eine Brutto-Rentenerhöhung von 9,18 Euro ausmachen. Also für den Verlust ihrer eigenen Altersrente von 11 Euro erhält Susi neue Rentenansprüche in Höhe von 9,18 Euro. Und jetzt dürfte Ihnen ja klar sein, warum es sich für Susi letzten Endes nach der Regelaltersgrenze bei einer Teilrente von 99% überhaupt nicht gelohnt hat, hier eine solche Rente zu beantragen. Das ist völliger Blödsinn. Wirtschaftlich macht das keinen Sinn. Aber mit der 99,99% Teilrente sieht die Sache völlig anders aus, meine Damen und Herren. Susi verliert nämlich nur noch 11 Cent von ihrer Vollrente von 1.100 Euro. Diese beträgt dann bei 99,99% sage und schreibe 1.099 Euro und 89 Cent. Wenn Susi also ihren Mann im gesamten Jahr 2023 bei Pflegegrad 2 pflegt und die 99,99% Teilrente beantragt, würde sie bei einem Rentenverlust von monatlich 11 Cent, das macht im Jahr 2023 1,32 Euro aus, eine Rentensteigerung von 9,18 Euro pro Monat ein Leben lang erhalten. Der Vorteil der 99,99% Teilrente als Altersrente statt der 99% Teilrente liegt für mich zumindest klar auf der Hand. Die neue Teilrente eröffnet vor allem im Bereich der Pflege mit Pflegegrad 2 und 3 die Möglichkeit, dass endlich Pflegepersonen die Entgeltpunkte für die Pflege erhalten können, ohne dabei wegen der schlechteren Teilrente 99% einen wirtschaftlichen Verlust zu erreichen oder zu erhalten. Das gilt grundsätzlich ab Regelaltersgrenze. Der weitere Vorteil der pflegenahe Angehörige ist der Schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung und in bestimmten Konstellationen auch in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Für Susi würde es keine Ansprüche mehr aus der Arbeitslosenversicherung geben, weil sie mit Erreichen der Regelaltersgrenze dort versicherungsfrei ist. Die Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung, die 99,99% Teilrente endlich anzuerkennen, hat vor allen Dingen auch für Menschen den positiven Effekt, die nahe Angehörige pflegen und zwar in den Bereichen Pflegegrad 2 bis 3, weil es dort sich oft bisher nicht gelohnt hat, eine Teilrente wegen 99% zu beantragen. Die Rentenverluste aus der eigenen Altersrente waren schlichtweg höher als die Einnahmen aus Rentenversicherteneinkommen aus der Pflege mit Pflegegrad 2. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 5.5 – 9.9 5.5